Ich war doch dabei. Irgendjemand hat aus der Zehntausend eine Tausend gemacht. Hast du in Ihnen viel eine Null? Vielleicht sollten Sie mal zu Hause im Schlafzimmer nachschauen. Da finden Sie garantiert eine. Warum gibst du nicht zu, dass du für diese Nullnummer verantwortlich bist? Weil ich erst klären will, wie es dazu gekommen ist. Weil du dich verzählt hast? Elisabeth, in deinem Alter ist eine Führungsposition nicht leicht. Das heißt übrigens auch, dass die Produktion gestoppt wird. Psst, Psst! Hey, Sie! Merken Sie nicht, dass Sie stören. Wieso laut? Wollen Sie eine Null kaufen? Sehr witzig. Ja, finde ich auch.